Heute werden wir uns mit einer häufig gestellten Frage befassen, Insulinorm, wo kaufen? Diese Frage ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Sie das authentische Produkt erhalten und alle erwarteten Vorteile nutzen können. Es ist wichtig zu betonen, dass das Original Insulinorm ausschließlich auf der offiziellen Website des Herstellers erhältlich ist. Ich empfehle nachdrücklich, den Kauf über diesen Kanal zu tätigen, um die Echtheit, Qualität und Wirksamkeit von Insulinorm zu gewährleisten. Im Verlauf dieses Videos werden wir die Bedeutung der Auswahl des richtigen Kaufkanals erkunden und mögliche Probleme vermeiden, die beim Erwerb von Insulinorm aus nicht autorisierten Quellen auftreten können. Wir möchten Ihre Erfahrungen und Meinungen hören. Falls Sie relevante Informationen oder Fragen dazu haben, wo Sie Insulinorm kaufen können, teilen Sie dies bitte in den Kommentaren mit. Dieser Raum ist für eine informative und aufklärende Diskussion vorgesehen. Lassen Sie uns gemeinsam den richtigen Weg zur Beschaffung von Insulinorm erkunden und eine sichere und authentische Erfahrung gewährleisten. In diesem Video werde ich Ihnen alles Wissenswerte über Insulinorm mitteilen. Ein zu 100% natürliches Nahrungsergänzungsmittel, das darauf ausgelegt ist, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren und sogar Leben zu retten, indem es vor Hyperglykämie schützt, der Hauptursache für Diabetes. Ungesunde Ernährung, insbesondere der übermäßige Konsum von zuckerhaltigen und verarbeiteten Lebensmitteln in Verbindung mit mangelnder körperlicher Aktivität, sind die Hauptursachen für Diabetes. Die Behandlung beinhaltet in der Regel Änderungen des Lebensstils, insbesondere in Bezug auf Ernährung und körperlicher Aktivität. Es können jedoch auch Medikamente wie orale Antidiabetika erforderlich sein. In diesem Kontext ist Insulinorm eine ausgezeichnete Option zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels und zur Bewältigung von Insulinresistenz. Alle mit Diabetes verbundenen Symptome verschwinden bei regelmäßiger Anwendung. Sie können es online über den Link in der Beschreibung dieses Videos kaufen. Klicken Sie einfach auf den Link, um zur offiziellen Website des Herstellers weitergeleitet zu werden und ihre Bestellung aufzugeben. Beachten Sie, dass Insulinorm nicht in Apotheken oder bei Amazon erhältlich ist, sondern nur auf der offiziellen Website. Dieses Nahrungsergänzungsmittel bietet viele positive Effekte für die Gesundheit, wie Gewichtsverlust, Verbesserung der Herz-Kreislauf-Zirkulation, Erhöhung der Energielevel im Körper und Schutz vor der Überproduktion von Zuckern, sowie viele andere Vorteile, die Sie in den ersten Wochen der Anwendung erleben werden. Dank seiner natürlichen Zusammensetzung kann es von jedermann ohne Nebenwirkungen eingenommen werden. Tausende Kunden weltweit waren von den positiven Effekten dieses Produkts beeindruckt. Es wird in einem Labor hergestellt, das alle Qualitätsstandards der Europäischen Union erfüllt, unter Verwendung modernster Technologien und der besten Zutaten. Schwierigkeiten beim Finden von Insulinorm in Apotheken in Deutschland. Wir wissen, dass viele von ihnen in örtlichen Apotheken gesucht haben, aber die Realität ist, dass es schwierig ist, Insulinorm in diesen Geschäften zu finden. Tatsächlich ist es selten, es zum Verkauf zu sehen. Der Hauptgrund dafür ist, dass Insulinorm in begrenzten Mengen verkauft wird und daher Schwierigkeiten hat, in die Regale der Apotheken zu gelangen. Ein Großteil dieses Nahrungsergänzungsmittels ist für den internationalen Markt bestimmt und wird hauptsächlich von privaten Kliniken erworben. Exklusiver Verkauf auf der offiziellen Website Im besten Interesse des Verbrauchers wird Insulinorm ausschließlich auf der offiziellen Website des Produkts verkauft. Derzeit ist es in neun Ländern erhältlich, hier in Deutschland, Spanien, Italien, Österreich, Schweiz, USA, Frankreich, Chile und Portugal. Um es Ihnen zu erleichtern, hinterlasse ich den Link zur offiziellen Website von Italien und den anderen Ländern in der Beschreibung dieses Videos. Es ist entscheidend, dass Sie auf den Link Ihres entsprechenden Landes klicken, um sich zu registrieren und eine personalisierte Betreuung zu erhalten. Denken Sie daran, Insulinorm wurde von dem renommierten Unternehmen Geberich getestet und validiert, um Qualität und Sicherheit zu gewährleisten. Option 1 Direkter Kauf Der Link zur offiziellen Website befindet sich in der Beschreibung und im ersten Kommentar. Klicken Sie auf den Link und Sie werden zur offiziellen Website des Herstellers weitergeleitet, wo Sie Ihre Bestellung aufgeben können. Füllen Sie das Formular aus, wählen Sie Ihr Land, wählen Sie die Zahlungsmethode und warten Sie darauf, dass das Produkt in wenigen Tagen bei Ihnen zu Hause ankommt. Derzeit gibt es einen Rabatt von 50% auf Insulinorm, aber seien Sie schnell, denn die Nachfrage kann das Angebot schnell übersteigen. Option 2 Fragen an den Vertreter Wenn Sie Fragen klären möchten, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben, besuchen Sie den zweiten Link in der Beschreibung und geben Sie Ihre Kontaktnummer ein. Ein Vertreter wird sich melden, um detaillierte Informationen bereitzustellen und eventuelle Fragen zu Insulinorm zu klären. Wenn Sie bereits Erfahrungen mit Insulinorm gemacht haben, teilen Sie Ihre Geschichte bitte in den Kommentaren unten. Und wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sie zu stellen. Das war's. Ich habe dieses Video aufgenommen, um auf die Vorsicht beim Kauf von Insulinorm und die Bedeutung einer sorgfältigen Behandlung hinzuweisen. Diabetesprobleme können ernsthafte Komplikationen haben. Beginnen Sie die Behandlung frühzeitig, um irreversible Konsequenzen zu vermeiden. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich, und Insulinorm trägt dazu bei, Ihre Gesundheit zu verbessern. Ich habe das Video aufgenommen, um irreversible Konsequenzen zu vermeiden.